Die Wollnys streiten wieder. Lavinia schadet Jeremy Pascal mit fieser Aktion. Lavinia Wollny hat es auf ihren Bruder Jeremy Pascal Wollny abgesehen. Gönnt sie es ihm nicht, dass er jetzt sein eigenes Ding macht? Dass Lavinia Wollny ein Problem mit ihrem Bruder Jeremy Pascal Wollny hat, ist spätestens nach ihrer bissigen Reaktion auf dessen Verlobung vor rund zwei Monaten nichts Neues mehr. Am 24. Juni 2023 hatte der Wollny Aussteiger um die Hand von Freundin Celine angehalten. Unserem Medium die Neuigkeit daraufhin stolz mitgeteilt, wir berichteten. Mehrere Medien übernahmen die Meldung, darunter auch Promiflash. Auch auf Instagram teilte das Promi-Portal den Artikel. Punkt Es dauerte nicht lange, da meldete sich Lavinia Wollny plötzlich zu Wort. Ist ja schön, wie man sich noch weiterhin mit unseren Namen brüstet, obwohl man vor Jahren schon die Familie verlassen hat. Und dann noch schön an die Zeitung verkaufen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. So die 23-Jährige. Die Wollnys, Lavinia Wollny mit fieser Aktion auf TikTok.statt zu gratulieren, hatte sich Lavinia damals also dazu entschlossen, sofort in den Angriffsmodus überzugehen. Warum, das verstanden auch die Fans nicht. Mit Kommentaren wie Redest von Vermarkten und Aufmerksamkeit. Wer vermarktet denn seine Kinder im Internet für Aufmerksamkeit? Jeremy hat alles richtig gemacht, sich zurückzuziehen. Oder klassisches Eigentor. Was für ein unangenehmer Kommentar, für jemanden, der nichts kann, außer seine Kinder zu vermarkten und Schrott zu bewerben. Wie kann man so über seinen Bruder ablästern? Er scheint genau das zu haben, was dir fehlt. Punkt Traurig, sowas. Machten sie deutlich, was sie von Lavinias Aktion hielten. Punkt das hat Lavinia Wollny allerdings nicht davon abgehalten, nun erneut gegen ihren Bruder zu schießen. Punkt das dessen Karriere aktuell steil bergauf geht, scheint dir nicht in den Kram zu passen. Am Freitag, den 25. August, hatte der 26-Jährige erst seinen neuen YouTube-Kanal in seine Insta-Story verlinkt und beworben, ließ damit erahnen, dass dort bald einiges passieren wird. Danach ging er auf TikTok live, wo er bereits vor rund einem halben Jahr sein kleines Comeback gefeiert hatte. Punkt Lavinia Wollny's Talk Hat Jeremy Pascal Wollny auf TikTok Punkt das alles war Lavinia Wollny nicht entgangen, die ihren Bruder in letzter Zeit wohl ganz genau am Auge behält. Man kann sich in etwa vorstellen, wie der 26-Jährige sich gefühlt haben mag, als er in seinem TikTok-Stream plötzlich einen ihm bekannten Namen entdeckte, Lavinia war online, schaute sich an, was ihr Bruder zu berichten hatte. Ganz schön viel Interesse, bedenkt man, dass die Wollny-Geschwister schon seit Jahren keinen Kontakt mehr miteinander haben. Doch damit nicht genug, denn Lavinia Wollny hatte sich wohl vorgenommen, nicht nur als stille Teilnehmerin zuzusehen, sie war wohl auf Ärger aus. Nachdem ein User gefragt hatte, wo Jeremy Pascal nun wohne, ließ sie live die Bombe platzen und enthüllte den Wohnort ihres großen Bruders. Punkt eine ganz schön miese Aktion, bedenkt man, dass sich Jeremy Pascal weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, zwar im Netz Content krediten möchte, allerdings privat seine Ruhe will. Was Lavinia Wollny mit der fiesen Nummer bezwecken wollte, bleibt ihr Geheimnis. Ihrem Bruder erst vorzuwerfen, sich ins Rampenlicht zu drängen, dann aber gegen seinen Willen eine so private Information über ihn preiszugeben, um vielleicht selbst Aufmerksamkeit zu bekommen, dürfte vielen Fans paradox erscheinen. Estefania Wollny wehrt sich im Netz gegen Abnehmen-Lügen. Am 23. August 2023 hat sich Estefania noch einmal dazu geäußert, wie sie wirklich abgenommen hat. Der Grund, im Netz würden Fake News verbreitet. Firmen werben mit ihren Bildern, behaupten, sie hätte Kapseln verwendet, um abzuspecken. Davon distanziert sich Estefania entschieden. Es tue ihr leid, dass Menschen so auf die falsche Fährte geführt würden, denn sie habe keinerlei Hilfsmittel benutzt und wollte nicht, dass Menschen auf Betrüger hereinfallen, die das Gegenteil behaupten. Also Achtung, liebe Wollny Fins, teure Präparate sind nicht die Antwort. Dahinter steckt eine krude Betrugsmasche.